Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf TennoTV. Nach kurzer Werbeunterbrechung sozusagen durch zwei spielebezogene Videos hier auf diesem überhaupt nichts mit Videospielen zu tun habenden Kanal, bin ich jetzt mal wieder vor der Kamera. Es geht unter anderem um den Nintendo-Fan 2014, den wir ja gesucht haben auf tenno.de und unseren Sieger haben wir dann ins einen geschickt gegen drei andere Seiten, die auch noch einen Gewinner gewählt haben, einen eigenen. Und Nintendo hat jetzt die Gesamtauswahl getroffen und ja, darüber wollte ich mal berichten, weil ihr ja auch über YouTube teilweise mitgemacht habt und wollte euch sagen erstmal, wer hat bei uns gewonnen und wer hat insgesamt gewonnen. Und darüber hinaus habe ich noch zwei, drei andere spannende Informationen für euch, sodass ich dachte, es lohnt sich, mich nochmal vor die Kamera zu setzen. Also zuerst zum Thema Nintendo-Fan 2014. An der Stelle erstmal vielen Dank an Nintendo, dass sie diese Aktion möglich gemacht haben und dass dieser Titel voller Ruhm und Ehre auch durch uns vergeben werden durfte, zumindest wenn wir Glück hatten, dass jemand von uns gewonnen hat. Und auch an euch, die mitgemacht haben, denn wir haben über Twitter, über Facebook, über Tenno, über YouTube, über alle möglichen Kanäle so viele tolle Einsendungen bekommen. Ich war wirklich begeistert. Für uns war die beste Einsendung auf tenno.de, ein YouTube-Video von unserem Forums-User TomTom, der als unser Sieger ins Rennen gegangen ist. Und warum, das möchte ich euch jetzt an der Stelle erst einmal zeigen, denn ich habe ihn um Erlaubnis gebeten und die hat er mir gegeben, sein Video hier mit einzubauen und das mache ich jetzt mal. Dann könnt ihr mal sehen, wie schön kreativ er sich ausgetobt hat. Also erst einmal viel Spaß mit diesen folgenden anderthalb Minuten. Warum ich der größte Nintendo-Fan bin? Hm, wo fange ich da nur an? Nintendo bietet eine Vielzahl an großartigen Spielen, doch für mich ist es so viel mehr. Es ist eine Welt voller verrückter und verschiedener Charaktere. Eine Welt voll Abwechslung und Spaß. Für mich ist Nintendo die Quelle der Freude und Kreativität. Ich klebe an Nintendo. Mache Charaktere greifbar. Mit Nintendo Siege. Mit Nintendo kämpfen. Mit Nintendo. Lebe ich. So, da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, ihr teilt unsere Begeisterung für dieses Video, was uns daran so besonders gut gefallen hat, war eben, dass er eine Geschichte erzählt hat. Warum ist er der Nintendo-Fan 2014? Was verbindet er mit Nintendo? Und vor allen Dingen nicht nur, in Anführungszeichen, weil viele andere haben natürlich auch ganz tolle Sachen gemacht. Aber hier hat mich besonders oder uns alle besonders beeindruckt, dass er das Video eben sehr, ja, nicht nur um das Thema, was ist meine Sammlung gedreht, gedreht hat, sondern tatsächlich auch, ja, das aufgebaut hat, seine Sammlung gezeigt und seine Eigenkreation vor allen Dingen. Und das Ganze mit Kreativität gezeigt hat. Und das hat uns dann dazu bewogen, ihn ins Rennen zu schicken. Und ich kann mit Stolz verkünden, naja, mit ein bisschen Stolz zumindest, dass TomTom auch Gesamtsieger geworden ist. Allerdings muss ich auch dazu sagen, die anderen drei auch. Denn spontan hat sich Nintendo dann entschieden zu sagen, die Einsendungen aller drei Seiten, aller vier Seiten sind so toll. Neben uns haben noch N-Tower, Wii UX und Nintendo Online mitgemacht, dass alle drei gewinnen. Das heißt, alle vier, hier komme ich mal auf drei. Dass alle vier gewinnen und dementsprechend auch alle vier ihr Wunsch, Wii U oder 3DS-Spiel bekommen und ihren Wunsch Amiibo. Von daher herzlichen Glückwunsch nicht nur an TomTom für uns, sondern auch an die anderen drei. Jetzt ist drei ausnahmsweise mal richtig. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist euch mal ganz kurz eine kleine Auswahl zu geben der anderen Einsendungen, die wir noch hatten. Denn da sind durchaus einige spannende Sammlungen dabei. Und ich lasse es jetzt einfach mal kurz durchlaufen, ein paar Bilder zeigen. Keine Sorge, das ist maximal 30 Sekunden lang. Und ich soll euch mal einen kurzen Überblick über die anderen tollen Einsendungen, die wir per Foto über die unterschiedlichen Kantele bekommen haben, zu geben. Viel Spaß! Ja, soviel also dazu. Danke nochmal fürs Mitmachen, war eine tolle Aktion, hat echt Spaß gemacht. Und vor allem diese ganzen Sammlungen zu sehen, das hat mich schon tief beeindruckt. Jetzt habe ich noch zwei andere kleine Themen für euch, bevor ich mich dann schon wieder verabschiede. Zum einen ein kurzes Update für alle Tendo-Show-Interessenten. Wir haben mittlerweile zweimal uns ausführlich redaktionsintern über die neue Tendo-Show unterhalten und wir sind guter Dinge, dass wir da was Tolles für euch vorbereiten. Es wird ja nicht ganz neu, also wir werden die Tendo-Show nicht völlig über den Haufen werfen oder, naja, nicht über den Haufen werfen, wir werden sie gar nicht über den Haufen. Wir werden aber schon einiges verändern, verfeinern und wie wir finden auch deutlich verbessern. Wir sind im Moment dabei, unsere erste Pilotfolge zu produzieren, also mal auszuprobieren, ob das, was wir uns tatsächlich überlegt haben, funktioniert und ob sich das anhören lässt. Und ja, wenn die gut ankommt, dann wird es wahrscheinlich im Februar weitergehen mit der ersten regulären Ausgabe und da könnt ihr euch schon wirklich drauf freuen. Denn ja, da haben wir uns einige Sachen einfallen lassen, die die Tendo-Show in meinen Augen deutlich aufwerten sollten. Zum anderen ein kurzes Update zu den anderen beiden, naja, relevanten Themen auf Tendo, nämlich Tendo.de und Tendo.tv. Bei Tendo.de fangen wir jetzt damit an, uns zu überlegen, wie wir die Zukunft ein bisschen gestalten wollen, weil wir auch da einiges verändern möchten. Und bei Tendo.tv wird es auch spannend. Zum einen hat sich Martin jetzt mal vorsichtig wieder zurückgemeldet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Er hat ja auch selbst auf seinem Twitter-Kanal schon geschrieben. Er hat an der letzten Redaktions-Telefonkonferenz noch mal teilgenommen. Und ja, wir werden jetzt mit ihm in den Dialog einsteigen, wie er denn genau in Zukunft bei Tendo.tv weitermacht, weil ich immer wieder auch Kommentare lese, dass Leute darum bitten, dass Martin mal Stellung nimmt, wie es weitergeht. Das Problem ist, er weiß es im Moment selber nicht und deshalb macht es keinen Sinn, sich jetzt vor die Kamera zu setzen und irgendwas zu erzählen. Ich wollte nur dieses Video nutzen, zu sagen, wir reden im Moment miteinander und wir gucken, wie wir ihn sinnvoll einbinden können. Denn er möchte auf jeden Fall gerne weitermachen. Die Frage ist nur, wie und in welchem Umfang. Das werden wir aber in Kürze geklärt haben und auch davon werdet ihr natürlich hier besonders früh, nämlich als erstes erfahren. So, das war es jetzt von mir mit diesem kurzen Update-Video. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch ohne allzu viel Game-Videos im Moment viel Spaß bei uns. Aber wir haben ja auch noch Tendo.de und unser Forum. Schaut da mal vorbei, wenn ihr ein bisschen Langeweile habt. Da könnt ihr euch auch gut unterhalten. Und ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mario. Tschüss.